Wenn ihr oben seid, macht ihr die Tür zu. Also bei einer 4-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Und dann ist das alles komplett der Wurst. Also bei einer 5-logigen, dann ist das alles komplett der Wurst. Ja, das ist gut. Wenn man sowas ausleitet und aufnimmt, dann kann man das auch mitlösen. Die haben uns hier hin und her gescheucht. Da kann man so etwas teures lernen. Also bei einer 5-logigen, dann kann man so etwas peter und zu ruhen. Da kann ich das nicht verletzen. Ich bin der Wurst. Da kann man so etwas verdäten. Da kann man so etwas lieben. Kaffee Der macht schon noch größer, wenn ich lossehe. Na kommst du zu sehen, da geht doch schon lossehe. Wenn du nämlich in einem Schaltschrank richtig rumrührst, dann kommt so kurz vor der Wand abheben. Das sammelt sich dann so richtig schön. Ja, wo ist einer denn? Erzoffen. Die sind nass offen. Nass offen. Schau mal, jetzt mischt man sich selbst. Die Zündklampe ist noch da. So, dann haben wir mal ein bisschen Power geben. Dann könnt ihr werden. Sehen die noch was? Ja, das stimmt nicht. Guck mal, geflootet. Im Wasser haben wir nie gesprochen. Hab in den Südklampe ist. Sieщеiger mit dem Steigen. Guck mal. Die Zimper. Guck mal. Jetzt ist es das überrascht. Der hat ein bisschen mehr sotek. Das ist jetzt hier. Lassen Sie kommen. Wir werden auf, das ist, dass wir es schon mal gemacht haben. Klappe rein. Klappe rein.